Suchen und zerstören. Das Ziel beschützen. A machen und B. Kannst du mal wenig Callout was du machst mit mir? Ja. Gerade Höhle. Seht da nichts. Ich würde siehst du erst. Schau mal A. Gar nichts. Egal nichts. Egal nichts. Ich sehe auch nichts. Ich sehe auch nichts. Ich bin zum E. Jetzt ist einer mit. Kann ich vorpushen bei B? Ja. Sind ja weg, die sind A. Die Zeit ist fast vorbei. Gebt doch mal alles. Jetzt fangt ich wieder an zu lecken. Ich bin jetzt doch B oder? Naja das A. Oh ich. Wir sind noch nie fertig. Ich wusste genau, ich brauche nur auf den einen weiter schießen und den anderen killst du. Ich dachte mir die legen, aber die spielen ja ganz anders. Machen wir jetzt gleich auch Ding. Wie heißt das Ding an? Zerstörte Ziele. Leg Switch machen die an. Ja das fängt schon an. Ladungen erlangt. Mir leckt schon. Übel leckt schon, Alter. Musst halt nachher Proof machen. Bei dem musst du deinen Dims zeigen, dass wir die Kanzel bekommen. Leckt gar nichts. Boah es leckt übel. Komm ich geh mal zuerst runter, ok? Ladungen platziert. An die Handseite kommt gar nichts. Du musst ein wenig Caller. Ich muss, du brennst und brennst. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Spiel auch live. Glaub mir. Ich lag so wie scheiße. Wirklich. Lauf einfach. Spiel auf Time. Spiel auf Time. Einen Bonus für den, der ihren letzten Mann erwischt. Ja ich lag. Spiel auf Time. Du bist auf dich alleine gestellt. Hol uns den Sieg. Stopped. Und lags. Kann ich nicht, weiß ich wie das geht. Beide. Wir fahren unseren Hof. Rechts übel gehen und dann auf Netzwerk. Dann sind wir. Mach das mal. Wenn die Runde startet, dann ziehst du. Ich hatte gerade einen Pink von 500. Meine Bandbreite ist zwar übel gut, aber... Schaltet das Ziel aus. Wir haben die Bombe. Ich kann nicht sliden. Ich kann nicht sliden. Ich kann nicht sliden. Ich kann nicht mehr sliden. Ich kann nicht mehr sliden. Ich kann nicht mehr sliden. Jetzt leckt so. Hast du einmal Pidgey? Jaaaa. Jetzt halt die Fresse, du sparst. Flanken eh wieder. Die Bombe ist scharf. Einen Bonus für den, der ihren letzten Mann erwischt. Ich weiß, man muss die einfach von hinten holen. Verteidig das Ziel. Ich weiß eigentlich bisher gar nicht, wie ich laufen soll. Ja, wo immer ihr da in den Tunnel. Ja, das passt doch. Aber ich weiß, ich bin finster, wo die Lexage schon geht. Lobby habe ich nichts gesehen. Es gehört ein B-Go, denke ich. Erst B? Beide, beide sogar. Glaubst du weg? Weg, die pushen weg. Ja, die kommen sie eh weg. Ich werde sie dann auf den Spalern. Und A und alles gehen. du bist auf dich alleine gestellt hol uns den sieg nicht bezahlt zurück an die arbeit wir können einfach gewinnen ich finde auch leicht zum verteidigen die trauen sich ja nicht mehr drauf sein verteidigt die ziele machst du denn lesbo hallo ja die sind lobby durch oh mein Gott was willst du denn bei b schaltet das ziel aus du musst jedes mal die bombe genommen jetzt nicht bombe erlangt wir haben die bombe verloren jetzt liegt es nur noch an dir die ziele beschützen das ist so dämlich ein bonus für den der ihren letzten man erwischt nur noch einer übrig du weißt was zu tun ist die bombe online das war auch hier das match das war auch hier 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 das war auch hier